Grüß Gott, meine Damen und Herren, hier in Bregenz am Eispavillon. Meine Wenigkeit, Carlo Gravalho, begrüßt dich mal wieder hier nach dem sensationellen Erfolg des James-Bond-Eises. Heute nun das Fußball-EM-Eis. Also wir haben ja insgesamt heute schon dreimal die Wannen gewechselt und die Temperaturen stimmen ja. Jetzt haben wir endlich den Hochsommer, also besser könnte es gar nicht laufen. Zufrieden heute mit dem Umsatz? Absolut, nur gestern Abend nicht, da hat es geregnet. Ja, was sind sonst so die Hits der Saison? Also die Hits der Saison sind natürlich unsere Fruchteissorten, Mango, Papaya oder Edbeer, Preiselbeere. Und unser Renner absolut ist Blutorange mit Joghurt aus dem Bregenzer Wald. Aber die Klassiker Vanille, Schoko, Erdbeer geht immer, oder? Das sind die Evergreens quasi, die bleiben ein Leben lang.